Einen Blitzüberfall hatte ich nicht erwartet. Darf ich Ihnen einen Ring spendieren? Sie sind hoffnungslos konventionell. Spendieren Sie mir einen? Schon besser. Wie wär's, wenn Sie sich selbst einkaufen und versuchen, mich zu vergessen? Ich glaub, das ist mein Taxi. Einen Blitzüberfall hatte ich nicht erwartet. Darf ich Ihnen einen Ring spendieren? Sie sind hoffnungslos konventionell. Spendieren Sie mir einen? Schon besser. Wie wär's, wenn Sie sich selbst einkaufen und versuchen, mich zu vergessen? Ich glaub, das ist mein Taxi. Das ist mein Taxi. Das ist mein Taxi. Vielen Dank.